Die Schotten werden dichtgemacht bei FTI. Kurz vor Beginn der Hauptreisezeit ist Europas drittgrößter Reisekonzern pleite. Obwohl erst im April ein Investor bei dem Unternehmen eingestiegen war, konnte eine Insolvenz nicht verhindert werden. Zu einem Statement war das Unternehmen nicht bereit. Wer bereits auf einer über FTI gebuchten Reise unterwegs ist, soll nach Angaben des Unternehmens planmäßig zurückgebracht werden. Wer bereits gebucht hat, kann seine Reise aber nicht antreten. Eine Entschädigung soll es über den Deutschen Reisesicherungsfonds geben. Wie genau es weitergeht, können Kunden über die extra eingerichtete Service-Website und Hotline von FTI erfahren.